Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 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 Aber wir denken an den 20 und 23 Jahren. Mein Wort von der Einstellung lebt wie das Jahr. Wurde an diese Frau, wir wollten ein neues Abkommen sein, aber klar, wir wollten dort viele Dinge sein, dass das Jahr sehr viel anders geworden sind, als viele Jahre geworden sind. Erstens können wir sagen, dass der Regen sehr viel anders geworden sind, als viele Jahre geworden sind. Das ist 20 und 23 Jahre. Aber wir können sagen, dass das Jahr wahrscheinlich das Dresden und das heutzutage Jahre geworden sind, von dort, wo die Gemeinschaft hier diese Anbindung abgenommen und haben abgeschrieben. Was ist danach geworden? Das ist wahrscheinlich viel Trübel geworden. Man hat vier. Vier liegt nicht dort. Die Menschen können ja gar nicht wasschen, oder in der Art und so, was das dort. Was ist danach geworden? Irgendwo kam der Duderpreis nachher auf. Und dort haben irgendwo, schien sich dort nur eine soja, diestra, taunende Überzeugung, wenn wir nun rutschicken können. So, mit Wort von der Einstellung lebst du dann von dir, wenn du kriegst, und das unterdenkend ist. Ich denke, das sind zwei, von denen wir an das denken können. Positive, oder negative. Einen von drei Bedingungen können wir an das Jahr nun schauen, und auch an die Zukunft schauen. Aber warum wollen wir ein Klienbäschchen kicken? Ich will nicht gleich ein Klienbäschchen erklären, was das meint, positiv oder negativ zu sein. Positive, das meint zu sein, weil wir reden von diesem Jahr, vielleicht war alles mit schwierig, mit dieser, in der Zukunft. Danach, kicken wir dort an, aus einer Hübnung. Danach, kicken wir dort an, aus einer Hübnung, in der Vertriebe in Gott, dort wird alles, wo in der Wahrheit Hübnung sind, alles wird schaufen. Mit den Menschen, die dort leben, also am Stern und so, wo das dort, der Sohn und uns, danach immer, war das so, dass wir eine Hübnung haben. Dass wir nicht den Kopf aufhängen, ja. Die negativische Anstellung ist, von wo wir, können wir sagen, den Kopf aufhängen, gründen, über dort, über die Regierung, über dort, über dort, über jahrend. Und in keiner Sinne steht, vielleicht jemand, wo wir wahrscheinlich noch mehr sagen, auch über Gott, anfangen zu grinsen, dort nicht reden, dort. Und weißt du, du hast keine Hübnung, weil wir überall, anfangen an, zu kicken und denken, ja. Das ist ein bad way, dass wir an, das Jahr an, an, an. Und weißt du, was, das Geld in dieser Welt, und das Geld von der und auch, so, so, so viel, negativische, wo viele Menschen so negative, und alle Dinge an den anderen kicken. Und ich glaube, wo wir in den Weichstand, wo wir kicken, in der Welt, wo es so aus, so viel für die Eureichtigkeit. Du sagen, viele Dinge, was von der und auch, vergangen, wo wir vielleicht denken, wo wird das noch weiter geworden. Aber wo wird das alles kommen? Aber ich denke, wir brauchen danach nicht, dass wir nicht dort sind. Ich glaube, wenn wir besorgt sind an der Todkampf, besorgt sind und schauen, was wir tun, was wir leben, was wir schaffen, für unsere Todkampf und so was das dort. Aber ich denke, wir sollen nicht Sorgen haben. Wenn wir Sorgen haben, dann glaube ich, wir brauchen, dass wir negativ waren und all diese Sachen entstehen. Und dann haben wir in solchen Fällen versprochen, was wir denken, wenn wir als Christen, wenn wir als Kinder Gottes leben. Dann darf die Bibel uns in solchen Fällen versprechen das Wort. Die Bibel sagt, wir sind ein Pott gesagt. Ich würde sagen, dass wir in Klienbett die Fälle führen, weil ich glaube, was wichtig ist, dass wir nicht sagen, dass wir nur denken. Aber wieso? Wir müssen denken, weil wir denken an das kommende Jahr und in die Zukunft, wo wir mit dem alle ankommen, wo wir mit dem wieder gehen. Wir haben uns mit Gedanken zu merken, in Johannes Kapitel 7, Vers 14, wo ich saß, Du sagst, in der Schrift von Johannes, er muss es nicht sagen, er sagt, ich habe an dem Gott gejagt, und die Welt ist anfänglich. Wenn sie nicht von dieser Welt sind, dann wird sie auch nicht von dieser Welt sein. Dann sagst du in der 15. Versch, ich bin froh nicht dafür, dass sie an dieser Welt nehmen sollen, oder dass sie an den Bösen beworben sollen. Sie sind nicht von dieser Welt, sondern wird sie auch nicht von dieser Welt sein. Dann sagst du in der 15. Versch, ich bin froh nicht dafür, dass sie an dieser Welt zurücknehmen sollen. Ich freue mich, dass sie an den Bösen beworben sollen. Dann hat Jesus total klar gemerkt, in der Welt, wo sie durchgekommen, in der Welt, wo sie leben sollen. Du wirst viele andere Dinge kommen, du wirst viel negativ sein, du wirst sehr viel alle Sachen sein. Aber sie, sie wirst an mich glauben, sie wirst meine Kinder sein. Dann sagst du, ich bin froh nicht, dass sie an den Bösen beworben sollen. Für die Bösen. Aber nicht, dass sie an die Welt zurücknehmen sollen. So, was wollen wir dann über das nehmen? Das Jahr, wo es mit dem Stieß dann schwierig schien wird. Dann werden wir klar gemerkt, dass wir getraut und arm sein können, weil wir sind nicht Pott von dieser Welt. Wir leben hier vielleicht in dieser Welt, aber wir sind auch nicht mehr Pott von dieser Welt. Dort soll uns Mut geben zum Wort, zum Positiv und wirklich Pferdeweich kicken. In 1. Johannes Kapitel 2, du sagst, Johannes, wie soll nicht die Welt läuft? Als dort ein Ding, wo wir vielleicht noch ein bisschen reingekommen sind, wie die Welt anfangen, läuft zu kreieren, du sagst, das ist das. In 1. Johannes 2, 15. Und wieder sagt das, sieh nicht, hing er oren, nur dort wird die Welt unterbeiden haf. Wer die Welt in ihrer Lasten gieren haf, an denen es nicht läuft vom Fuder. Weil es alles, was in dieser Welt ist, gelbjährig sind, in ihren Augen sind, was die Üben gegangen sind und sie glauben, dass der Sturm nicht vom Futter stammt, sondern das ist von dieser Welt. Wenn wir besorgt sind und wir in der Zukunft sind, liegt uns nicht in der Lage, was wir gemacht haben, sondern was wir sollen. Aber ich glaube, ich muss nachpassen, dass wir nicht aufhören und zu kriegen haben, dass wir nicht aufhören und zu kriegen haben. Und das Wort ist, dass wir nicht, wo wir uns Geldjährig sind und dass wir nicht an die Üben gegangen sind. Es kann sein, dass wir dort, dass wir vielleicht am Samenstern sind, Geldjähriger geworden sind. Aber vielleicht haben viele Dinge, die uns die Üben gegangen sind, haben vielleicht auch viele Dinge angeguckt und gekauft. Dann haben sie gesagt, ja, als das, dann sind wir am Trübel, können wir sagen, nicht? So werden wir abhören, dass wir nicht aufhören und dass wir nicht aufhören und dass wir nicht Geldjährig sind und nicht nur dort, was die Üben gegangen sind, ja? Ich denke, nach dem Klienpass hier wieder und in 2020 haben wir ein sehr besonderes Jahr auch gemacht. Ich denke, wir haben dann auch viele Erfahrungen gemerkt, dass ich dort ja war. Ich denke, dass ich dort ja alles war. Das 2020 war wirklich ein Jahr, was wir drehen. Wir werden dann auch viel sagen, dass wir alles wiederkommen. Ich denke, wir haben dann auch eine Covid-19. Und dann habe ich entschuldigt, dass wir sagen, ja? Viel sagen, wenn du hier warst. Viel reden, als du hier warst, was nicht sterben ist. Wir können viel von all dem reden. Schauen können nicht mehr sein. Schauen müssen nicht mehr werden. Wir sollen sogar durchgeblieben. Geschäfte müssen anfangen, dich zu merken. Und wir können lange reden mehr von, was in diesem Jahr alles war. Wir denken ja, was drehen wir, was nicht regnet. Und wir werden viele sagen, was du machen kommend. Ja? Und was wird dann wieder gehen? Weil wir dann schauen, dass wir vor diesen 29. Dann sei wieder Gott, dass er sich wirklich besorgt hat. Er hat gesehen. Der Regen. Die Covid-19-Krankheit fängt an. Er fängt an. Er fängt an. Vielleicht mal langsam. Er fängt an. 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 Wenn wir zurückgehen. Dann tenga Gähn. Wenn wir zurückkommen, dann erzählen wir uns. Wann sagt. Er fängt an. Dann habt wir nach. Besonderer Woche. Vor allem. Vor allem. Bei uns. Bereiten. Ist alles zu east und zu wasser. hat wirklich alles zu denen. Mit der traurigen abruptes HIS- und Euer Sitz Johnny. Du bist gern. Er ist in diesem Werk Seite. sein, das stimmt nicht, aber nur dort, was ich selbst gesucht habe, und was gehörte, fand ich dann, dass der Priester so gut war. Warum? Wählt es nur in 2023, wo das alles war, dann wird die anderen das. Nun habe ich das von jedem mal angehört, der hat mir das gesagt. Wann habe ich mich nachher in Späckengebiet, da würde ich mich nicht sagen. Wann habe ich mich nicht nachher in Späckengebiet gegangen? Wann habe ich mich nicht nachher in Späckengebiet gegangen? Wann habe ich mich nicht nachher in Späckengebiet gegangen? Da würde ich anders sagen. Aber der Arzt wird ja so gut, und habe mir geboten eine Entscheidung, und wir sagen, dass wir das Jahr, weil wir mit einem anderen Jahr aus der Späckengebiet fallen wollen. Und was fällt wie das Jahr alles? Ich rede schon ein bisschen von dort, und wenn es vor diesen 23 Jahren ist, dass es nicht geschieht, dass es nicht los ist, dann sagen wir dort, der Regen erst sehr gut geblieben, und haben Säure wenig geregnet. Der Priester von Dola hat bei unserer Angebung Säure angegeben, weil ich dort erst das Sammeln ja Säure bellig habe. Der Arzt ist allerdings dort, weil ich dort an den Säure leeren Priester gekriegt habe. Säure leere ich alles. Und wenn dort Ola taubt, da merkt man einem, dass es dort Säure schwierig schien, das Ola. So, durch die Gläubig habe ich von denen, wo viele Menschen Säure negativ und Säure vergrünzt über all das Sammeln. Und was ich hier erst das, ja wir von den Rednern und ich, von denen habe ich von denen Menschen über Säure negativ geredet worden über was? Über die Regierung. Wie dann von irgendwo spazieren, irgendwo reden, an sie spazieren und ich verteile das Mensch kriegt Füts in Säure bellen über die Regierung. Wollt die Regierung alles in Plänen haufen? Wollt die Regierung alles tun? Wollt die Regierung alles tun? Wollt die Regierung alles tun? Und wollt ihr das in der Langerie, was von dort alles geredet wird, ja? Das vierwieserknop, die ging nicht fern te wässern, und du hast auch in der Langerie, was von dort immer geredet wird. Dort zwingt das, dort zwingt dort, dort zwingt ja. Du wollt Säure, Säure und Säure, 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 Säure. Und was hier macht, was mit weißt, der, was mit Schütz da ist, dort ist, dort unsere Känja. Unsere Känja, was abwursen, denn unsere zwei, drei und Feuerjahre in der Kännau und auch die andere sind, und die Kon Filip sind an unsere früheren, unsere Partnern auch. Ich denke, wir werden viele unter das liegen, davon wie sehr negativ über die Hände eingestellt sind. Und was mich Und was mir immer wieder erzählt hat, war, dass hier, wie sehr, sehr verstaut und grünzt in der Regierung und all das. Und alle Kinder, die wohnen ab, und die hier sitzen nicht aus, und die grünzt, wie schlecht in der Welt ist. Und wenn ihr glaubt nicht, dass alles schlecht ist, die Jungen sind verschieden gewesen, und es ist das, dann scheint es sich vielleicht ein bisschen schwierig, um mit dem anzunehmen, aber ich glaube danach. Wenn wir positiv waren und all diese Dinge, dann wollen wir mit einem ganz anders den Namen checken, ja? So, er konnte nicht von dem nicht sein, was die Zukunft wird sein, in der nächsten Jahr. Er konnte nicht sein, was die Zukunft ist, was die Regierung alles im Plen auf der Dauern. Dort konnte er nicht von dem nicht sein. Du sagst, es sind vielleicht neue Menschen, die verschiedene Dinge rüberbringen, wo alles gut sein, wo alles wiederkommen ist, aber das dort. Ich studiere doch, das wird wirklich nicht ganz so sein, also, ich will mich nicht so sein, dass das nicht nennenluten. Aber ich will uns ab, was falsch nachhalten, wo uns selbst gleich aus dem Trost sein. Wo der Glaube, wo uns selbst viel halten, weil wir denken, und an den 22 und 23, weil alles schien, dies da schwierig zu sein. Dort würde ich gleich, weil wir würden in Hebräer, Kapitel 3, 10. Hebräer, Kapitel 3, 10. Hebräer, Kapitel 3, 10. sagt er, sieh nicht ohne Geld, sieh zufrieden mit dem, was sie haben. Gott hat gesagt, ich werde die nicht verloten, die nicht am Stieg loten. So kann ich im Vertrauen sein, der hat das Dau, der mir hält, ich werde mich nicht fürchten, was kann ein Mensch mir undauern. Wenn wir uns zuvor mal ein bisschen bedenken, was bedeutet das hier. Er sagt, sieh nicht hinger ohne Geld. Ich will dir von dir nicht sagen, dass wir ab hier mal schaufen, wenn ich mal Acker will, einen Schmieden, einen Däscher, nein. Aber weil wir uns in der Brotform weiß, dass wir da wie dort. Schauf wir und da wie dort, dass wir hinger ohne Geld sind, bloß nur Geld. Denk wir da an, dass wir zufrieden sind mit dem, was wir haben. Möchtet, wir können nicht schaufen, als ein bisschen verbessern, sieh, mein Gott hat sehen, und dann weiß das, weil wir dort hier und da. Also wir wollen, dass wir mit dem Sehen daun, dort wir zufrieden sind, so, als wir dort gehen. Dann sagt er wieder, ich werde ihn nicht verloten. So der Herr sagt, er wird uns nicht verloten, weil wir uns auf Amt waren verloten, und er wird uns nicht im Stärklochen. Was ja nicht, glaube ich, das ist für diesen Dreihen, finde ich. Wird der Herr an uns auch nicht im Stärklochen. Weil wir wollen nur am Kicken, und mit Amt ab gehen. Vielleicht muss man Dinge anders stellen, dort kann es sein, aber ich glaube, im Stärklochen wird der Herr an uns nicht. So das ist, was der Herr hier sagt. Sieht nicht in ihr nur Geld, sieht zufrieden mit, was wir haben. Gott hat gesagt, ich werde die nicht verloten, die nicht im Stärklochen. Und dann sagt er, so können wir am Vertrauen sein, der Herr ist der, der mir helpt, ich werde mich nicht verrichten. Was kann ein Mensch mir dann noch undauern? So, warum haben wir so viel Sorgen und so viel Negativ, dass wir all der Regierung, wir haben all diese Dinge sein, dass man Menschen nicht undauern kann. So wollen wir uns auf Gott vertrauen und schicken, weil wir heute lernen und fehlen. Und dieser Timotheus saß, Vers 8, in dem du sagst, es ist das, wenn die Kleider in Eten haben, du mit Zell sie zufrieden sein. So, wenn wir mit Kleider in Eten zufrieden werden, dann wird es vielleicht lange nicht so viel Sorgen geben in der Zukunft. Dann sag ich, ob er dich, die die Wellen wegwürden, folgen an Versicherung und lügen sich an uns an die Lasten schlingen, die die Menschen in der Verdorben in der Verdorben zufrieden. So, es ist mir vor, dass wir vielleicht, ähm, dass wir well reinget werden, dass wir mit ihm alles zufrieden und schicken zu tun. Die Bibel hat uns vor, dass wir zufrieden sein, weil wir Kleider in Eten haben. Dann sag ich, dass wir well reinget werden, die Folgen an Versicherung. Dann fing wie beim Vorfall wieder, wo der Kleider so interessant ist, wo ich noch nicht so erfüllen, aber erfüllen von der Red wird, aber in das selten Kapitel, in dem Matthäus Kapitel, das, du in Vers 7, du sagst, sei der Rücke an dieser Welt, dass sie nicht so stolz in ihrer Hübnung ab dort ansächliche Geld saaten, aber ab Gott, der uns rechtlich alle schenkt, am dort mit Freude zu brücken. Sei an, sollen gauder taunen, dass sie rück sind, in gauder wöken, sei sei mild jäberig stellen und gieren und andere aufteilen. Wurde ich sei ein Schott am Himmel und ein gauder gründ für die Zukunft und hier und woher leben. So, vielleicht geht sich damit, dass wir noch ein Sied reden, dass wir nicht schaffen wollen und wir nicht beschränken, so was das dort. Aber hier sage ich dort, sei der Rücke, und ich glaube ich abpassen, ich will nicht sagen, ob es rück ist. Sei zu Menschen wotten stolz sind in ihre Hübnung ab das Ansäch der Geld saht. So, ich glaube das ist 2023 und all diese Dinge die wir durchkommen und man nicht wollen sich folgen, wir hatten nicht eine große Hübnung ist, aber das steht. Ich glaube die Menschen wotten stolz sein und ihre Hübnung ab das Ansäch der Geld sahten, dort sind drei Menschen wotten aus Negativ nehmen, dort sind drei wotten Säuer, Dieste und Schwierig waren, das oder sich durchzukommen, Opa, dann sagt wir wieder Opa, ab Gott, der uns wirklich alle schenkt, um dort mit Freude zu brücken, sei an sie sollen gauder tun, dort sind in gauder Wolken, sie sollen mildewer sein, in jem andere und andere aufteilen, wo dich in Schatz im Himmel hat. Ich sage , wenn wir mit uns waren, zuerst, wie wir sein, vielleicht ein bisschen , das das Vertrauen haben, ob uns eigentlich Geld gesat, deutlich erst, wo wir negativ waren, all diese Dinge sind, aber wo wir das war, mit dem nehmen, das ist so, was Gott uns unvertriegt, das ist was uns rechtlich schenkt, um dort mit Freude zu brücken. Dann waren wir ganz positiv gauder und in der Hoopning sein. Durch das Jahr durch zu kommen, in das wird positiv sein, wo wir mit Freude und Maut wieder können schaffen. Dann habe ich ein anderes Ding, was ich besser will von reden, das ist, was ich viel hören. Ich höre von dem und auch so viel in so Färten dort Menschen sagen zu mir ist, dass wir nicht so viel haben gehört und so was dort ist, dass wir unsere Gemeinschaft viel beten, dass wir einer für den anderen tun. Von dem ist nicht mehr wie uns an seinen Brücken, von dem ist jeder für sich selbst und wir haben von der viel wie sein Tau Rick. so wenn dort ist dort erst dass wir dort bleiben dass wir nicht laufen haben wir nicht nur die Menschen fahren wir nicht für den nächsten kann sein vielleicht ist es fehlen nicht wo dann wir dann negativ sein wenn Gott 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 der alles kann Gott der alles entscheid ist wenn Gott dort wir ihm sind dort waren wir zu viel haben dort wir nicht wieder kommen mit unserer Gemeinschaft mit unseren Menschen mit den Familien wenn ihr seht dass man etwas was tun kann oder wenn wir nicht dankbar sein und fried sein und dort nehmen und dort kommen das Haupt und ein Wort ja wir können das wieder töten ja dann sagt in 1st Korinther Kapitel 12 du redest viel von dort jesus als der kopf und wir sind die glieder das geschtliche moment das von der gemeinde nicht wo das sagt jeder glied soll sie ein port down und jeder glied brücken zu sein wo dort die körper schoffen kann und das wirklich sehr interessant wo uns körper schoffen und wo wir alle glieder an körper brücken down und wenn du nicht du sind oder nicht reich schoffen down dann schoff wo nicht ganz reich ich gif von dem meine onkel und tont in körper und ich dachte ich was da war nur meine tonte die haben sich ihr hoff gebrochen die haben alle was nennen gesagt in isern mit den kühlen und alle haben die tun dann sachen die nennen nennen brach der neun dann sagten sie weiter neun dann brach der neun so hat die 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 tun von dem seien sie die doktor hat gesagt dass er hat mal something rück genommen beim operieren dort wird irges wort was rück genommen hat dort nicht mal heulen und nicht schaufen können du wirst noch klar wie wirst ich sagen du und hat gotthaft in scher so gemerkt dort wie alle glieder wirst brücken in der dame du sein so wenn wir nicht denken dann will so drückt geworden sein an unserer Welt wie nicht mal titan haben unsere familias oder unsere amstelle mit unserer gemeinschaft und so wo dann wir dann verstanden wenn Gott mit einem sieht dass du fehlt mir vielleicht ein Jahr mein klingt besser was ohne zu tun dann wir sind dankbar und zu freit sein ich bis nach aus dem bisch bin gut gedanken gegeben die kann viele andere Dinge sein aber ich kann auch was bisch bisch merken wir können nur denken war wie mit einem sol tun leben geführt haben die Gemeinschaft und Familie alles auf aufgebrochen wo dann waren wir da nicht weil wir nicht mal ein baster auf kommen oder leihau mit kommen oder waren nicht zufried sein weil wir nicht so viel Geld haben und alle sind im Restaurant vor und etten vielleicht auch nicht ich weiß nicht aber das ist ein ding was ich von dem was so ist so viel im Restaurant gebeten wird ich will nicht verachten dass alles alles schlecht ist aber das kann vielleicht haben dass alles viel broken ist so wo wir noch mit lunch ist mit Sandwich mit Familie stop habe die Mannschaft haben aber nur bei Staub bloß den Gedanken ja wo dann weil wir drei Monate Jahr zu vacation ist vor nur mehr und all diese Dinge wird viel jahre und das war wenn ich mit die beknoppen dann so was dort würde die Tieten nicht brücken tun mit unsere Freunde auf die Mannschaft haben alles Dinge ich habe Tüchst mit unsere Freunde habe ja war dort ist dort erst wie zu Druck geworden sein und wie schauf messer all Tieren in 12 mit Tieren Tem Wort war also ist erst das will hier und sein Geld gewaß aber wie eine neue Well wenn Gott me sagt okay dann muss die auf späten wo dann war wenn ich gefried sein mit nächsten Tag schoffen dann haben Nacht die Familie für unsere Früh Fleisch war dort vier in der Wut also Knopf war net wenn Gott me sitzt dort das Peter wenn die 150 Acker dort die Beter Tiet hast mit der Familie sein wo dann sie wieder nicht erfried mit dort sein bloß das Gedanken das wir nur denken daun er glaube wir danach gucken wir Gott füllen das dass Gott sehen nicht daun bei Bischofen aber das Gedanken schief an wo wir nur denken daun war das Jahr schien schwierig zu sein ja daun dank was er die bieber die viel von bis danken dank was er in dänt leben jetzt so viel scho ja wann wie in wärtig can na Eine dankbare Einstellung leben. Das was ich meine, wenn man sagt, dass man alles ausfohlen soll, was wir vielleicht wollen, aber danach, dass wir eine dankbare Einstellung haben. Weil wir eine dankbare Einstellung haben und positiv sind. Dann lernt mir das Schmuck und dann lernt mir das Fan, wenn ich weiß, dass wenn Papa oder Mama mit ihr in Kenia geschaffen hat, dann können wir die Taub sein und sagen, Mama und Dad, die sind positiv, die sind dankbar, du hast eine Hoffnung. Dort lernt mir das Schmuck. Da werde ich dir eine Besonderschaft mit mir haben, weil wir dankbar und positiv sind. Dann wollen wir, wo sich die Welt verändert. Ich denke, wir hatten viele Dinge, wo wir schaffen, wo wir unsere Welt verändern wollen. Mit Missionen, sagen wir. Und verschiedene Dinge, wie wir unsere Welt verändern wollen. Aber ich denke, wir können wirklich positiv und dankbare Einstellung leben. Und ich glaube, viele von uns nehmen. Ich sage nicht, dass wir nicht viele von uns denken. Aber weil wir dort nicht, wo wir entschieden haben, da wollen wir die Welt verändern. Als Jesus, der hier leberkrankt, geheult hat, kann man sich nicht bedanken. Das heißt, dass wir nicht dankbar sind. Weil wir von euch sind, dass wir nicht dankbar sind, dass wir eine dankbare Einstellung leben können. Wo waren wir dann die Schaufmuck, all das? Weil wir mal checken, in Kolosser Kapitel 3. In Kolosser Kapitel 3, da sage ich, Paul, ist das. Hier sage ich, Weil wir arbeiten. Aber weil wir so, dass wir alles dort für Gott tun, und nicht für uns als Menschen. Und ich denke, weil wir die Schaufmuck da war, dass wir stolz, und dass wir uns solche Geld verdienen, sagen da, dann ist das, wo das nicht in Betrag kommen wird. Weil wir da von euch sind, was du am Gott zu ihr fallen, er mit Freude dort für Gott tun, und dann sage ich das, dass wir wollten, dass wir im Aufgrund kreieren wollen. So, weil ich in Jürgen schweig kann sein, und schwierig, dass ich komme nicht, aber wir waren wirklich hier auf dieser Welt schaufen, am Gott zu ihr fallen, dass du im Aufgrund wirst für uns reut sein. Kolosserfeuer, Vers 5. Die sage ich, das ist das, den wir da auch immer sagen, die sagt, Lef, wer ist, für dich, der noch nicht, die jemanden hier, in der Zeit, Gott brücken, die reden soll, immer läuft, und interessant sein, bemühen, und jeder sollte antworten, woran Gott ist. In Abmütung, dort waren sie das alles, vielleicht mit der Unerscheinung, zu sein, als wir gewandt sind, weil wir danach, der Zeit, Gott brücken, weil wir uns, der Reden danach, so sein, dass er interessant ist, weil wir uns, bemühen, dass wir in jedem, die Antwort geben, dass Gott für uns ist. Das bedeutet, dass er eine Hoffnung, für den ist. So, was wir da tun? Nennst noch ein paar, was ich sage, was ich sage, mal gleich, in Matthäus, vier Versaas, zehn. Matthäus, vier Versaas, zehn, die sage ich, dann ist das, so, dass wir uns, dass wir uns, dass wir uns, die Menschen, dass sie gehen, die Gäuhe, die Wolken, und die Führer, im Himmel, die verloben waren. So, wer wird das, die Tauk nehmen, wer wird das nehmen, wenn Gott, alles was beschicken will, das ich, das Jahr, das alles, oder, ausgefallen ist, wer wird uns, sie, freund, ab Wort, von, wach, habe ich, in die Gesellschaft, ab, das Ansicht, für Geld, ab, stolz sein, oder haben wir, ab, die wach, gedohen, wo wir, gehen, das Wiedergeben, aus dem Schad, zum Himmel. Was wir, ab, die wach, gedohen haben, da, wir, wieder, das dort tun, dann, aber, ans Licht, schienen tun. Dann sage ich das, so, lud, die gienlich, für die Menschen, schienen, dort, sie, nie, go, wo, so, in, jen, fuhrer, im Himmel, verloben waren. Wo, färken, wo, menschen, anser, red, und anser, ding, er, wat, wie, färken, reden, down, er, anser, regierung, er, anser, whatever, alles, wo, färken, wo, de, allgott, geluft, han, verdaut, wat, wie, die, laste, jahr, gerät, han. Ek, denk, iremo, wat, zain, wo, sie, nich, wohn, han, wak, 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 positiv, san, dot, de, walt, kon, zain, dat, wien, ho, hang, han, en, dat, zain, zain, war, dan, dan, fahrt, zain, tom, god, luven, for, dot, down. Desi go, de, wak, zain, zain, fane, desi go, de, wak, zain, nix, zain, zain, wak, in, lak, wak, 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 zain, in, wak, 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 in, ass, dot, zain, wak, zain, zain, dot, an, sit, or, s, zain, Ich würde gerne sagen, dass ich mit dem Thema sage. Ich habe gesagt, dass wir mit der Topfülle sagen können. Mit welchem Anstallung lebst du von dir? Das bedeutet mir für dich. Eine positive oder eine negative? Wenn wir positive sind, dann bedeutet das, dass wir eine Hoffnung haben. Wenn wir uns in der Topfülle leben, dann sagen wir, dass wir eine Hoffnung haben. Wenn wir eine negative sind, dann wird alles aufgerufen. Wir haben in 2020 verschiedene Erfahrungen gemerkt. Dann haben wir gesagt, dass Gott sich besorgt hat und viele Dinge gesehen hat. Dann haben wir gesagt, dass es ein Jahr war, wo wir vielleicht auch alles nicht fallen hätten. Dann wollen wir uns vertrauen, dass Gott nicht verlassen hat. Hebräer 3.5 ist klar. Sieht nicht jaltgierig, er will mit uns sein. Wir wollen vertrauen, dass Gott sagt, dass er mit uns sein will. Dann wollen wir dankbar sein. Und ich denke, das kann sein. Vielleicht kann es sein, dass wir uns ein paar andere Entscheidungen machen können. Das können wir ja nehmen zum Schaufen. Vielleicht müssen wir ein paar Lohnpläge lohnen. Vielleicht wollen wir ein paar, wenn wir Stimmen schaufen können. Alles andere Dinge, die dort kommen können. Aber wenn wir dort danach brücken, dann sind wir dankbar und diese Gemeinschaft. Wir können wirklich wiedergeben. Wir können wirklich mit unseren Menschen taub sein. Wir können auch gleich mit Ihnen zu beten. Dann werden wir wieder gehen. Dankeschön, Herr Jesus. Ich danke den Lohn und preise dich für seine Gelegenheit. Ich danke dir für die Wut, dass wir immer weiter durch Dinge können. Ich danke und sage Ihnen, dass wir uns von denen gehalten haben können. Ich danke dir. Und dann darf ich nach oben verlieren. Ich danke dir. Ich danke dir. Ich danke dir. ob die Sachen, die wir uns nun entscheiden haben. Ich danke dir, Frau, das was du immer getan hast, und ich danke dir, was du wiederverstanden hast. Ich bitte dir, es ist die Nummer. Amen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen, Lüge raten, doch ruhig warten, ruhig bei seiner Herde halten. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen, 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 einst vor Gottes Thron wir stehen. Wiedersehen, wiedersehen, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen, Mögt sein Fittich euch bedecken, Mögt sein Lebensbrot dir schmecken, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, wiedersehen, einst vor Gottes Thron wir stehen. Wiedersehen, wiedersehen, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen, wenn sich Wetterwolken tummen, Wiedersehen, Wiedersehen, einst vor Gottes Thron will ich stehen. Wiedersehen, Wiedersehen, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen. Wiedersehen, 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 Einst vor Gottes Thron, Wir stehen, Wiedersehen, Wiedersehen, Gott mit euch, bis wir uns wiedersehen.